Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auch noch für diesen Marsch. Ich starte eine neue Aufnahme Session. Ich werde mich ja kurz zurecht finden. Nach meinem Wissen muss Feld 2 gekoppert werden. Ich werde mir eine Sämaschine kaufen und dann möchte ich das Mais anpflanzen, um später Mais gelasen zu machen. Also werden wir uns mal einen Traktor suchen. Einen großen Traktor, die Teilung nicht reif. Wo ich sehe gerade. Es wird gerade... Mal kurz schauen. Wie kalt. Das ist... Feld 2, was drin ist. Okay, hat sich erledigt. Ich darf noch mal eine Helfer. Da kommt Mais vor anderthalb. Das ist jetzt auch noch ein bisschen laut. Ich werde mal ein bisschen runterregeln. Ich werde mal ein bisschen besser. So, dann werden wir uns weiter mit dem Schild kommen. Das heißt, wir hatten hier vorgehabt... Gute Frage, ne? Irgendwas hat man vorgehabt. Ja, wir haben vorgehabt. Wir haben ein bisschen mit der Schild kommt. Wir sind auch von einem Schild kommen, und ich werde der Schild kommt. Wir haben, was wir haben. Wir haben, dass wir das geschaffen haben. ja und sammeln wir Heu bevor wir das lassen lassen, dann werden wir den Anhänger abhängen dann werden wir uns mal machen wir gleich Heu vorne das war nicht so schnell aber ich glaube dass er entsprechend er Heu aufnimmt andern Kurs fahren könnte ich habe eben gedacht dass da hier der Kurs blick anders sein wird nehmt mal an ne schau mal so das heißt erstmal hier Kurs LH2 Button bis 25 gerade auch schon anders das ist ein Kurs und dann setzen wir jetzt Kurs hinzu wieder Führung und Design über Führung er ist es fährt mal läuft Schattenfeld 25 er setzt sich Kurs hinzu über Führung Plus und Heldarbeit und hier sehen wir die Fährten an den Kurs und er nennt alle Feinde ok im nächsten Schritt den Kalker unserem Kalker der Klo noch mal Kalk und dann dann und dann wir noch nach und dann zum nächsten Schritt der Kalker kommt es für nichts auf zwei ich hab mal ein klappen können denn dann wird nicht passiert So, kalt rein, der macht zwar nur 53 kmh, aber ich kann ja hin, wir sammelten mit rein. Fahen wir in Fremation. Alle die Kursen laufen, jetzt wo ich weiß, der andere macht auch reisen, ob es klappt. Die Kalka ist fertig, für den Faktor fahren wir erstmal eine der Hallen, wir müssen auch noch einen Plan machen, den besten Verklasse. Was habt ihr vorgehabt? Gut, das machen wir auch noch alle. Wir haben überall Wachstum, nichts Reif. Gedüngt. Den Kalka kann man weitermachen, ja. Ansonsten ist es, das könnte ich düngen. Aber das machen wir gleich, wir machen erstmal den Kalk weiter. Es gibt hier nur Fabriken, das erste, was ich machen werde, ist Mischfutterfabrik. So, das brauchen wir mal Physiklage, das hier brauchen wir mal Meister, im Vino. Jetzt kommt der Kalka. Jetzt kommt der Kalka. Und dann kommt der Kalka. Jetzt kommt der Kalka. Jetzt kommt der Kalka. Das ist Physiklage. Das heißt, Physiklage. Jetzt kommt der Kalka hoch. Das kommt auch so an. Und wir können auch Silage machen mit Gas. Das heißt, haben wir jetzt theoretisch, da wollen wir düngen. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Wir machen noch den Frontgericht. Ich habe hier auch nicht rumliegen sollte. Da liegt nichts. Da liegt nichts. Das ist. Ja, düngen können wir auch an der Kalka nehmen. Der nicht vor Ort ist. Und der ist ja gerade mit meinem Gewicht. Da haben wir einen. Und wir müssen auch noch machen hier. löschen sind wir steuer da Da so, kaffe ich bin nicht so laut Oh, den Kaffee Oh, ich will eine Ende Und wenn der mit dem Heu einfahren fertig ist, können wir dünnen. Der beste vorne und hinten, ne? So, Jünger ist voll, ist auch noch euch da, dann warten wir einen Moment, das heißt wir brücken die Sache, aber was man mag, eigentlich nicht, bisschen Weizen haben wir, der war verkehrt gemacht, aber diesen verkauf ich sowieso nicht, wir können so nicht alles machen, gut. Die Aussaat, Maschinen kaufen noch mal Blödsinn, Düngen geht noch nicht, kurz bahnen, gedüngt, da muss ich näher flügen, das heißt, wir werden uns für den Fendt entscheiden, für den kommen bei uns ein Gewicht, ein Fendtgewicht. Ups, du wirst gewachsen. Gut, dann kaufen wir gleich rein, hat kein Händler da. So, was haben wir da schönes? Mahlzeit, Entschuldigung, kleiner schönes Gewicht. Oh ne, oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne. Ja, guck, wir haben eine Wichtgabe. Na ja, das ist super, recht. Okay, dann brauchen wir kein Gewicht. Und holen wir gleich hinzu. Ah ja. Dann fahren wir gleich hin. Und machen das Platz lang. Dauert dann noch ne Weile, bis wir nicht gehen können. Ja, aber... Und das kommt da komplett, ne. Wir wollen den von den Lappen. Das soll zu heute gewesen sein. Ich hoffe, das hat echt gefallen. Ich würde mich freuen, über ein Like. Mein Abo ist auch. Sehr schön. Danke schon mal. Dann sage ich. Tschüsschenwinkelwinkel. Bis dann. Tschau, tschau. 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 it